Musik Aloha ihr Surfer, mein Name ist Amano, ihr seid auf der Spieleflut und ihr seid hier wieder bei Amano vs. Amano vs. in Hearthstone Amano vs. geht natürlich nicht ohne Gegner, sonst habe ich ja niemanden gegen den ich spielen kann und dafür habe ich mir heute eingeladen den Don Krümel Hallo Don Krümel, wuhu Guten Morgen Ja mittlerweile, ich muss mal kurz ein bisschen was dazu sagen Der Amano schämt sich nämlich gerade, der Amano schämt sich wirklich richtig Mir ist nämlich meine Aufnahmesoftware abgestürzt Don Krümel und ich, wir haben schon ein Spiel gespielt Das hat er auch gewonnen Hier sei es ewig festgehalten auf Band Und mir ist die Aufnahmesoftware abgestürzt Das heißt, das Spiel ist nicht komplett da und wir müssen komplett von vorne anfangen Aber ja, ich weiß jetzt auch nicht wie wir es machen, wir schauen mal wie die nächsten beiden Matches laufen Und eventuell, wenn er die sowieso gewinnt oder so, dann können wir uns das dritte vielleicht schenken Ich weiß es nicht, wir müssen mal sehen wie es weitergeht Wir machen jetzt trotzdem mal ganz normal einen Münzwurf wieder von Anfang an Don Krümel, du als Gast, was möchtest du? Kopf oder Zahl? Ja, nein, ich nehme wieder Kopf Ich habe zu dich ja Mühe Diesmal ist es leider Zahl geworden Na gut, dann Sachen So, das Dann tiert er das seine oder nee, du nützt es erst an, ne? Genau, das heißt jetzt, ich habe gewonnen Das heißt, ich darf jetzt sagen, welches Deck du nimmst Und dann nimm doch einfach mal den Jäger Den habe ich gar nicht Und ich habe hier meine Decks, da müsste ich jetzt eins löschen, weil ich habe alle besetzt Hast du denn das Basis-Deck, das kannst du ja dann nehmen Beim Deck wählen, ich kann nur die Decks wählen, die drin sind Beim Deck wählen, wenn ich Deck wähle, oder? Nee, du kannst hin und her schalten Ach gut, ja, Basis-Decks Ja, gut, du nimmst den Jäger Den Jäger, okay, dann darfst du jetzt sagen, was ich nehmen muss Oh, was ist denn gut gegen Jäger, weiß ich jetzt nicht Oh, dann nehm ich den Jäger Ja, ich nehme einfach den Magier Den Magier, okay, dann starten wir mal Ja, also, das ist echt super, super ärgerlich Also das, ich muss einfach nochmal sagen, mir ist das ein bisschen peinlich Vor allen Dingen eben für Don Krümel, weil er hat die erste Runde echt souverän gewonnen War auch relativ spannend eigentlich Aber er hat souverän gewonnen, ich muss mal schauen, was wir damit machen Und nein, nein, ich habe die Aufnahmesoftware nicht abgestellt, weil ich verloren habe Die ist wirklich abgestürzt So, das stellt ja eigentlich auch keiner Ja, aber es ist auch ne Ärgert mich So, mit der Startland bin ich interessanterweise jetzt tatsächlich gut zufrieden Dann guck mal, was du da machst Milchschwein, du bist ein Milchschwein Asterix-Ubelix war das, ne? Du bist ein Milchschwein, du hast aber schöne Augen, Funkel, die auch in den Dunkeln Ja, so war das, ne? Das weiß ich nicht, ne, das ist, äh Keine Ahnung, ich Ist hier nicht Asterix-Ubelix hier, äh, bei den, wo sie doch die ganzen, äh, Aufgaben auf, äh, ja, auffüllen müssen Da müssen auch zu, ähm, Psychopathen oder sowas Ja, mit seinen roten Augen, du bist ein Milchschwein Nee, 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 sag mir gar nichts, mach ich denn jetzt Oh, Nachholbedarf Eigentlich wollte ich ja die Münze viel später ausspielen, aber Ich will auch keine andere dieser Karte Und du eigentlich schon wieder die Münze hast, ne? Ja, weil du angefangen wirst Du bist ja angefangen Also das hatte ich jetzt eigentlich Die wollte ich mir definitiv viel später aufbewahren Aber ich hatte jetzt gerade, äh, egal welche Karte ich sonst ausgespielt hätte Hätte er mit seinem Wildschwein weggemacht Und das wäre, nö, hat mir nicht gepasst Hm Ja, mit dem Münzwurf wäre das dann nicht eigentlich auch besser Wenn, wenn der gewinnt, der, äh, weht seins aus Und entscheidet dann, was du nimmst Weil so entscheidet ja sowieso immer jeder der andere, was er nehmen soll Das mit dem Münzwurf ist ja nur Um das so ein bisschen so ein Zufallselement mit reinzubringen Achso Ähm, fiel mir grad so auf, ne? Was ist das eigentlich für Kartenrücken? Von dieser Seite? Was war's Von der, was haben wir denn jetzt? November? Ne, von der Oktober-Saison Achso, hm Der Mahnerwurm, ne gucke Also Münzwurf ist tatsächlich einfach nur um so ein bisschen Zufallselement reinzubringen, wer wann dran ist Und Ich hab das jetzt auch nicht irgendwie stundenlang Das hab ich mir durch überlegt Was ist kein Skript drin? Ne, ne Aber ich hab halt das Gefühl tatsächlich, dass es durchaus Naja, ich meine man Es hätte ja sein können, dass ich jetzt irgendwie ein Set von dir erwische Was total stark ist Und Muss ich mir überlegen, was ich überhaupt grade mache Ja Ja Ein Set von dir erwische Was total stark ist Und dann wäre ich dann total Ähm Im Nachteil, sag ich mal Aber du hättest eventuell Nachdem du dann sagst, was ich spielen muss Noch ein gutes von mir erwischen können Das hättest dann ausgeglichen Und das, finde ich, bringt so ein bisschen Spannung mit rein Weil man nie wirklich weiß Was spiele ich jetzt? Das klang zumindest bei mir im Kopf Klang das gut durchdacht Das ist ja auch nicht schlecht, ne Ich fühle es jetzt nicht Gott sei Dank Wenn du das absegnest Ja Bringt so ein bisschen Spannung rein Ich meine Ähm Jetzt muss man sozusagen das erste Spiel Muss man wirklich sagen Er hat damit nicht gerechnet Ähm Was mein Deck so kann Ähm Er hat nicht richtig zugehört, als ich gesagt habe Ich habe auch Turniere gespielt Stimmt Dann muss ich dazu sagen Achso, wollen wir die Wollen wir das Ja Moment, ich hab's gleich Ähm Das ist jetzt überhaupt nicht Abgesprochen Ähm Was spielst du denn so? Hahaha Liga Ne, aber Don Krümel hat vollkommen recht Also ich habe zwar gehört Dass er gesagt hat Turniere gespielt Aber es hat in meinem Kopf nicht geklickt Weil mir auch nicht Mir war nicht wirklich klar Was er damit meint Und er hat dann einfach Ein Deck ausgepackt Oder beziehungsweise Vorher hat er erzählt Ja, ich hab seit Ewigkeiten Kein Harstow mehr gespielt Und ich hab auch nicht viel gespielt Deswegen hab ich gedacht Okay, dann Hat er wohl nicht so viele von den Karten Er sagte dann auch langsam Ah, das hab ich noch nicht durch Dann dachte ich Ja, der Krümel hat so meistens so die Standardkarten Wahrscheinlich, ne Kaum legendäre drin So, vielleicht ein paar seltene mit dabei Das war so das, was ich dachte Und dann spielt er sein Deck Ich will's jetzt noch nicht vom Namen her nennen Weil vielleicht Nimmt das ja gleich nochmal Oder Such ich's mir nochmal aus Keine Ahnung Ja Vielleicht Und dann nimmt er das Deck Und knallt da eine legendäre Karte Nach der anderen raus Und ich saß hier nur davor Die Augen wurden immer größer Und ich saß hier nur What the fuck Und da war ich echt nicht drauf eingestellt Also von daher Ich glaube, du bist auch ein böser Pokerspieler Geblufft hast du gut Ja, da wegen den Sachen, die ich gut kann Nein, ähm Ja, ne Ich dachte eigentlich Ich dachte beim Turnieren denkt er sich Hm Hat schon mal ein Turnier gespielt Aber gut Nee, ich bin jetzt auch ganz ehrlich Ich bin jetzt grad ein bisschen blöd Und ich stell mich auch nicht blöd an Ich bin einfach blöd Was meinst denn du mit Turnier? Ähm Auch verschiedene Sachen Online-Turnier Direkt hier von Flissoft hier Das ist auch schon mal ein Turnier Gar nicht mal mitgespielt Ja, ja Oder auch hier bei anderen Let's Playern Ähm Ich glaube, der Hadi hat mal ein Turnier gemacht Wo wir jetzt nicht mehr gekommen Halbfinale, Viertelfinale So in der Richtung Hm Ne, Halbfinale war es schon Okay Ne, das hat, das hat einfach vorhin in meinem Kopf überhaupt nicht Klick gemacht Das ist gar kein Problem So komplett null Ne, das hab ich nicht gemacht Also ähm Wir hatten uns vorhin noch drüber unterhalten Stecken Ähm Ich muss ganz ehrlich sagen Ich spiele auch abends für Wirt of Tanks Und da hab ich schon mal was investiert Muss ich tatsächlich sagen Weil ich einfach das Spielprinzip äh Ja, statt mich Wenn ich es länger spiele, sehe ich es Sag ich okay, ne Ich meine andere versaufen es Oder machen sonst was Oder Ne, es ist so Na klar Und ich hab da halt mal ein Zehner rein, mein Gott Aber jetzt hier bei Hartson zum Beispiel Alles eigentlich erspielt Und ähm Was ich vorhin schon sagte Viel entzaubert Äh Ja, viel gemacht Äh, Arena gespielt Und ähm Ja Ja, ich glaub das meiste was ich hatte Waren sechs, sieben Schlüssel oder so Also ich muss zugeben Wenn wir Wenn's nur ums reine Geld geht Ich habe auch Geld investiert für Hartstone Nämlich musste ich mir den letzten Flügel von Nax Rammers Da hatte ich nämlich kein Ingame Gold mehr Den hab ich mir dann Für echt Geld gekauft Weil den wollte ich dann auch einfach haben Du kannst Ingame Gold kaufen oder was Ich weiß das nicht Kannst du da was erzählen? Wie ist das? Ja, also bei Nax Rammers war das so Dass du Jede Woche einen Flügel Freischalten konntest Und der hat Oh, ich weiß nicht was er gekostet hat 700 Gold, glaub ich Hat ein Flügel gekostet Oder Oh man Wenn du kein Ingame Gold hattest Dann konntest du dir auch Das Ding Alle vier Flügel Alle vier Flügel für Ich glaub 20 Euro kaufen Und Ich hab's dann geschafft Die ersten drei Wochen immer Ingame Gold zu haben Durch die täglichen Quests Und Die ersten drei Flügel dann Für jeweils 700 Ingame Gold Freischalten Aber Für den letzten Hatte ich dann kein Ingame Gold mehr Und da hab ich dann Es euch bezahlt Gibt das jetzt immer noch Oder war das in der begrenzten Zeit? In der begrenzten Aktion In dem Ingame Gold kaufen Freikaufen Das weiß ich gar nicht Das ist ne gute Frage Es Wie gesagt Ich hab jetzt selber nicht geguckt Weil eigentlich wollte ich da Wieder anfangen mit aufnehmen Aber ich hab mir dann gesagt Ich hatte eine andere Sache Also das ist ne gute Frage Das weiß ich in der Tat Jetzt gerade gar nicht Ob das immer noch geht Ingame Gold Ich vermute Ja Wenn ihr's wissen solltet Könnt ihr's uns ja Gerne unten reinschreiben Genau Ja Würde uns echt mal Es würde mich mal interessieren Ne Also ich vermute Dass das noch geht Weil Warum sollen sie es ausgestattet haben Ich denke dass das noch geht Mit Ingame Gold Ähm Ja Und wie gesagt Da musste ich mir den letzten Flügel freischalten Ich glaub für 3,50 oder 4,90 Irgendwie sowas Aber das ist das einzige Also Geld für Für Decks Hab ich auf jeden Fall nicht bezahlt Ja Das wie gesagt Das muss man auch immer abwägen Muss jeder für sich selber entscheiden Ähm Ich verurteile nicht die Leute die das machen Ich mein Viele Free2Play-Titel Finanzierungssicherheit dadurch Ja Ja Ursache 6 Schaden Ach Ja Ja der Feuerwein Den hatte ich ja doch noch Okay ja nochmal Schaden Na aber aus jetzt So hat sich's jetzt ein bisschen mehr relativiert 1513 Naja Ich hab Gott sei noch ein paar Geheimnisse auf der Hand Einsam Du kannst es mir ruhig verraten Ja Das glaub ich dir Aber weißt du was Das möchte ich gar nicht Das ist bestimmt was ganz gemeines Ah ne ich mein Das Ding ist einfach von den Von den Karten die ich jetzt habe Und auch von dem Vom Leben was ich habe Hab ich ja im Grunde nur eine einzige Wahl Ich kann jetzt einfach nur Deine 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 Karten Oh Eins runter Hätte ich das ge- Aha Hätte das mal eher gesehen Machen wir den da weg Ich kann jetzt einfach nur versuchen Alles was du ausspielst zu ignorieren Und komplett in dein Gesicht zu gehen Das ist alles was überbleibt Ja Das ist möglich Klar natürlich kommen die Karten nicht die ich brauche Hast du was an Und die ich eigentlich auch mit der Grabe Aber Wie war das mit dem Ignorieren Was hattest du gerade Wie war das mit dem Ignorieren Hä Ja der Waldwolf der ist natürlich schon in Gefahr Plus eins So Ja Ja Bist du eigentlich sagen Ja Guck dir das an So Erklär das mal bitte jetzt deinen Zuschauern Ne Du das ist überhaupt kein Ding Meine Zuschauer Ich kann ja hier nochmal das einblenden Meine Zuschauer sehen ja Was ich noch auf der Hand habe Also ich kann die Geheimnisse ja zeigen Oh Gott jetzt kommt's Okay aber du hast vollkommen recht Deutlich knapper als ich das selbst auch erwartet habe Und das gegen Das gegen den Basisdeck Genau Ach ne ja Also auch da Man merkt auf jeden Fall dass du weißt was du tust Bei nem Basisdeck Na das ist schon so Das ist schon so Mit nem Basisdeck sich so gut zu halten ist schon ziemlich top So Jetzt bist du dran Und darfst sagen was ich für ein Deck nehmen muss Achso das ist jetzt ja Was nimmst du für ein Deck Was gibt's denn so für Klassen Also muss ich nochmal schauen Entschuldige bitte Hm Ich denke Hm nee das ist zu gemein Den mag ich eigentlich auch nicht Du nimmst den Krieger Du hörst die Begeisterung in meiner Stimme Krieger ist jetzt nicht so im Mindset Ok muss ich mal kurz überlegen Was hab ich in dem Set und wie spiele ich das Und wogegen wäre das gut Hm Würde ich natürlich wollen wenn es jetzt kein Basisdeck wäre Beim letzten Spiel Das ist auch blöd 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 Blößt du immer die freie Wahl Uhuuu Ne das nicht ich will ich gerade wirklich Nimm du mal den Priester. Oh, boah, das ist dick. Yay. Getroffen. Na, das wird auf jeden Fall spannend. Schauen wir mal. Ach, ey. Ich weiß wirklich gerade auch nicht, wie wir es machen. Also, wegen diesem verlorenen Spiel, was nicht aufgenommen wurde. Wenn du das jetzt hier gewinnst, ob wir dann sagen, okay, du hast gewonnen. Zwo, eins, ich weiß es noch nicht. Ach, ich würde die dritte Runde trotzdem spielen, auch wenn ich das jetzt verlieren sollte, was höchstwahrscheinlich ist. Da werde ich aber dann beim dritten Entdecken meiner Wahl spielen. Ja, das wäre okay. Also, wenn wir das dann so machen, ja. Weil letzten Endes ist es ja so, dass es auf meine Kappe geht. Und damit wäre ich dann auf jeden Fall einverstanden. Aber wir schauen erst mal. Das heißt nicht, dass du gewonnen hast, weil Krieger ist echt nicht mein Deck. Also, ehrlich nicht. Ich habe für Krieger einfach... Als ob das Priester-Standard-Deck besser wäre. Ich habe für Krieger... Ich habe für Krieger nicht wirklich eine Strategie. Also, ich habe so zwei Strategien, die ich mit dem Deck fahre. Aber mir fehlen halt auch viele Karten noch, um das zu optimieren. Ach, ich habe... Auch wenn ich den Krieger-Deck kannst du auch gut Pirate spielen zum Beispiel. Ich habe doch mal Piraten-Deck. Ist auch ganz lustig. Das haut auf jeden Fall in, da hast du recht, ja. Außer nur durch die Basten-Karten zu, ist klar, aber... Genau, so sieht es auch aus. So, dann machen wir das mal. Ich glaube, Fu-Zegel-Admiral, aber das ist das, was ich mir alles gab noch. Wir tauchen das mal ab. Ich habe nicht genug, Mann. Sie rufen überall. Du atmest mich lang und fest. Und versuchen das mal so. Mhm. Zumindest eine Sache weiß ich ja. Wenn du mit dem Standard-Priester-Deck spielst, dann kannst du da die ganzen Auchenai-Seelen-Priester und so weiter nicht drin haben. Ja, gut, okay. Meine Kriegshungorstelle. Ja, weg ist sie, ne? Ja, das sehe ich wohl. Nöcke will. Wir werden Kriegs-Haltweg! Wir halten! Also, von den zwei Strategien, die ich vorhin erwähnt hatte, ich kann es ja auch ganz offen sagen, eine Strategie mit dem Krieger-Set ist es halt, über die Kriegshungenanführerinnen und über Ansturm möglichst ein Agro-Set zu spielen. Also, so schnell es geht, dem Gegner Schaden ins Gesicht zu drücken. Die andere Strategie ist natürlich, was beim Krieger auch immer funktioniert, eine defensive Strategie. Das heißt, viel Rüstung, lange aushalten und nachher einfach so viel Schildpuffer zu haben, dass der Gegner sich da doch ein paar Runden dran abarbeiten muss. Ja, schöne Strategie. Es gibt, äh, wie sagt es, Strategien? Ach, gibt's genug. Jedes Deck, jedes Deck gibt's auch eine Gegenstrategie, ne? Ja. Äh, ich mag Hastung, muss ich sagen, sowieso. Ich habe früher, obwohl das können wir ja mal eben als, als Diskussionspunkt reinwerfen, wie sieht das eigentlich bei dir aus? Hast du früher selbst, also richtig Trading Card Games gespielt? Auf dem Papier, meine ich jetzt. Zum Kaufen mit Boosterpacks und so. Mich, mein SESA? Genau. Oder ihn? Die, also, Super. Also, mich, ja, 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 ja. Hab ich sogar noch da. Ich hab sogar, äh, B.U.V. hier. Was hast du denn damals so gespielt? Bist du auch mit Magic angefangen? Äh, ähm, 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 ja, Magic eher weniger als erst später. Ich hab, äh, wieso hab ich denn angefangen? Ich hab damals, ähm, ich bin zwar schon alt, aber ich hab damals mit Yu-Gi-Oh! angefangen bei, äh, die, äh, in der Verwandtschaft, die Kinder, auf die ich meistens aufpassen musste, dann später, weißt du? Ja. Unkel Krümel. Und, äh, die waren dann so, und ich dachte, ah, komm, mach's mit. Und, ähm, da hab ich auch Haufenweise noch. Da hab ich auch Turniere dann später mitgespielt. Ähm, auch in der ersten Liga, in der ersten deutschen Liga dann mitgespielt. Oh, guck an. Ja, ja, äh, war ich sogar auf Platz 1 in der Weile. Hey! Ja, es war schon eine Weile. Und dann hab ich dann, äh, WoW-Training-Card, weil, äh, durch WoW und In-Game, also Items gekriegt, ähm, da hab ich so ein bisschen gespielt, und auch das Problem ist halt, bei uns hier hausen, jetzt möchte ich mal was spielen, eh hier alles blöden geht. Das Ding! Oh, ja. Ähm, und zwar, ich wohne jetzt nicht direkt in der Stadt, deshalb ist es immer mit, mit Spielern suchen, ein Malterspiel gewesen. Ja, deshalb. Deshalb ist, ist, finde ich das hier ganz, ganz, ganz toll. Das glaub ich dir, glaub ich dir sofort. Wie mach ich denn das jetzt? Kann nicht. Oh, wie mach ich denn das jetzt? Du bist den Schaden halt in Kauf, ne? Ja, aber das ist ja, ich krieg ja... Komm, du willst es. Meinst du? Tu es. Ja, was soll ich machen? Muss ich bei den Karten... Die Karte auch voll mit den Schaden schlussendern, das braucht man halt. Danke. Also ich hab tatsächlich damals gar keine Trading Card Games gespielt. Ich bin ja auch schon einen Tacken älter und ich war auch dabei, als Magic eben auf den Markt kam und ich hab dann damals gesehen, was das mit Freunden von mir gemacht hat. Und, ähm, hab halt mitbekommen, dass manche Leute da echt, ähm, tatsächlich über 1000 Mark damals reingesteckt haben, sich verschuldet haben, nur wegen den Magic Booster Packs und war deswegen sehr negativ dagegen eingestellt. Aber, wenn ich dann mal gesehen hab, bei uns in einer Rollenspielgruppe damals war dann nicht Magic groß, sondern Jihad, das ist von World of Darkness, von Vampire. Und das war dann schon spaßig dazu zu gucken, aber ich hab halt nie wirklich gespielt und Hearthstone ist da tatsächlich das erste Trading Card Game, was ich je wirklich gespielt habe. Und ich find, dass Hearthstone echt gut gelungen ist, weil, wie Don Krümel auch schon sagte, es gibt nicht das Gewinnerdeck. Es gibt auf alles eine Antwort. Und, wie auch gerade gesehen in der ersten Runde, selbst mit einem Basisdeck hat man eine Chance zu gewinnen. Gegen, gegen jemand, der sich ein eigenes Deck zusammenstellt. Also, es gibt halt einfach nichts, was übermächtig ist und das finde ich super gut gelungen. Ja, natürlich, das, es gibt natürlich aber auch deprimierte Decks, das muss man euch sagen, wenn wir als Anfänger gegen ein Legendär, aber das ist zum Glück ja nicht so oft der Fall, ne? Klar. Ja, das stimmt. Das hast du am Anfang des Monats dann vielleicht, wenn alle wieder auf dem relativ zurückgestuften Rang 20 bis 23 oder so starten. Ja. Ja, klar, okay, logisch, da hast du natürlich vollkommen recht. Naja, aber ich finde halt tatsächlich, also ich hab, geil ist es halt, geil ist es halt immer, wenn du ladderst und du siehst dann, du siehst dann den Gegner, der Gold ist. Das heißt, der 500 Siege mit dieser, diesem Deck halt schon eingefahren hat und dann erstmal scheißt du dich halt ein und denkst, oh Gott, das kann ich ja nur verlieren. Und dann auf einmal gewinnst du es doch. Das ist immer ziemlich cool. Ja, das sind coole Momente, da gewinnt recht. Das sind so spezielle. Na, ich frage mich auch. Total, also es macht total Spaß. Und jetzt überlege ich gerade, was ich hier mache. Wir machen das, glaube ich, mal so. Weil der Troll, also der Grubaschi-Betsäcker, der muss wirklich weg. Das ist mir sonst zu gefährlich. Wie gefällt euch das? Boah, nehm den Schnitter. Schau mal, wer dann kommen in der nächsten Runde. Mhm. Tank über Tank über Tank über Tank. Ja, ich muss mich doch schützen. Naja, klar. Ja, klar. Ja. Jeder fällt euch da. Hm. Ja. Ja, immer blöd mit den Basistex, ne. Muss halt echt Glück haben, dass es läuft. Und sonst, blöde. Ja, ist glücklich für die Dinger, ne. Hm, acht. Acht auf der Hand. Kernhund stört. Ich, äh, ist jetzt nicht unbedingt das, was zu erwarten war. Ich denke mal, ich denke mal, dass der Dokrümel erwartet hat, dass ich ihm auch mal ins Gesicht gehe. Aber ich wollte den Kernhund auf jeden Fall weg haben. Keine Ahnung, was, ich weiß nicht, wenn was mit Basistex ist. Aber, wenn da jetzt irgendwelche Dinger noch zum Waffen waren und den Kernhund noch zum Tank machen oder was, weiß ich was. Nee. Das war mir zu risikoreich. Was, ihr Worte? Und noch ein Tank. Und noch ein Kernhund. Scheiße. Ähm. Alles oder nichts. Ja. Und ich bekomme jetzt auch absolut nicht die Karte, die ich bräuchte. Lug da, Oga. Deswegen kriege ich jetzt auch direkt den Schaden mal rein. Ja, genau. Wir müssen den Sonnenbordeln, Leute. BAM. Ja, wahrste des Wortes. Scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße. Das sind 13, ja. Also es ist unglaublich. Habe ich nicht gerade gesagt? Bei Hashton kann sich innerhalb von Windeseile alles drehen? Jetzt kommt's. Ja, ich habe nichts. Ich habe gerade keine Antwort auf der Hand. Ach so. Ach so. Ich dachte, jetzt hättest du es gezogen. Die legendäre Karte oder was? Nein, 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 nein. Ich habe gerade keine Antwort auf der Hand. Ich muss nur überlegen, wie ich das jetzt am besten anstelle. Ich kann leider nicht helfen. Nein, nein, nein. Nee, du möchtest ja auch gar nicht helfen. Ja, ich auch. Genau, so bin ich nicht. Also die 13 Schaden bekomme ich auf jeden Fall. Mindestens 13. Außer natürlich, du tradest die Anführerin weg. Muss ich noch einen Gedankenschlag da setzen? Ein Schuss. Ein Schuss. Ein Schuss. Ein Schuss. Guck mal. Wie spannend ist das. Nein. Das muss ich machen. Das muss ich einfach machen. Ah, 9 und 7 sind 16. 11 auf der Hand. Das heißt, ich überlebe noch eine Runde. Oh Mann. Das ist ja echt spannend gerade. Ja. Jetzt kommt. Ach, scheiße. Ja, aber noch ist das Spiel nicht entschieden. Ist jemand verletzt? Noch ist das echt nicht entschieden. Was? Wo, 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 wo kriege ich keine Karte? Ah, nein. Weil du die Selbstgehalte hast und kein Diener. Ja. Aber gut, ein Diener ist ja auch nicht verletzt. Kann ich, das kann ich als Ziel von Zauberer, äh, hält natürlich auch so. Aber kann ich es drunter angreifen, ne? Wegmachen kannst du ihn, das auf jeden Fall. Du hast doch deine, nee, du hast doch deine Waffe mit. Wie wird deine Waffe noch? Vier? Fünf Schaden, fünf Schaden macht der Schneider. Ja, gut, dann ist das Ding gelaufen. Ist echt, hm. Ich wollte einen Diener, ich, also früher geht es nicht. Da ging es auch, wenn du dich selber geheilt hast. Scheiße. Ja, das haben sie abgeändert. Das geht nur noch bei Dienern. Das wäre, weil sonst wäre es zu mächtig gewesen. Ich meine, die Klerikerin ist zwar immer noch so eine der allerwichtigsten Karten. Ja, sonst hätte ich nur nämlich, sonst hätte ich noch eine Karte gehabt jetzt. Stimmt. Ja. Damit habe ich jetzt eigentlich jetzt gerechnet. Das ist jetzt natürlich... Ja. Die Sudo-Sudo ist vorbei. Das sieht so ein bisschen knapper aus. Ja, ich habe auch keine... Also hier, guck mal. Ich hätte keinen Tank auf der Hand oder sowas, ne? Also, hätte ich dich jetzt nicht weggekriegt, wäre es vorbei gewesen. Wäre es gewesen. Und hätte es definitiv noch gewonnen. Krasse Kiste, ey. Meine Güte, jetzt zieht der Don Grimmel nicht hier mit den Basissets ab. Alida. Heftig, heftig, heftig. Ja, mein Lieber, wie wollen wir das machen? Drittes Spiel noch hinterher schießen und du darfst dir ein Deck aussuchen? Ja, da würde ich, wenn es geht, zwei Minütchen mal kurz für was brauchen. Ja, klar. Ne? Wenn das geht. Ich weiß nicht, wie es mit deinem Aufnahmeprogramm aussieht. Alles gut. Gut, dann. Du bastelst dir noch ein Set, nehme ich an, ne? Nein, nein, nein. Ich muss fix nur was wegschaffen. Ach so. Ja, braucht was. Geht gleich, geht gleich. Ja, bis gleich. Ah, da bin ich wieder. Oh, das ging ja schnell. Ja. Ja, sind wir noch drauf? Ja, 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 ja. Ja, nee, die Gutsche ist am Essen machen und hat einen Topf nicht gefunden, weil eigentlich mache ich das Essen. Ach so. Aber heute ist Rollentauschung, weil ich bin heute hier. Ja, klar. Und ich wollte mich gerade zurücklehnen, das geht aber nicht, weil mein Stuhl ist gestern kaputt gegangen. Oh nein. Kannst du dir vorstellen, ja, du kippelst im Stuhl auf einmal, ich telefoniere und auf einmal haust du mich nach hinten mit dem ganzen Stuhl, ne? Glaubst du nicht. Und ich bin nicht schwer. So, du darfst dich, ich möchte jetzt nicht sagen, ich spiele das und das. Deck, äh, du darfst dich entscheiden, Druide oder Schamane. Oh, ich darf mich entscheiden zwischen Druide oder Schamane. Ja. Druide. Du hast den Schamanen gewählt, Glückwunsch. Nein, du hast den Druiden gewählt. Sehr gut. Der Schamane ist also dein nächstes gutes Set. Ja, unter dem anderen. Unter dem anderen. Aber der Druide wird jetzt sicherlich auch ein guter sein. Bin jetzt mal gespannt. Also Druiden, ich weiß ja nicht, wie du dein Deck gebaut hast. Meine Meinung von Druiden ist, wenn du die nicht schnellstmöglich wegbekommst. Das heißt, wenn das, wenn das so ein Longplay ist, wie du es vorhin selber genannt hast, dann sind die kaum mehr zu kriegen. Ganz ehrlich, dieses Deck habe ich seit Monaten nicht gespielt. Aber wir werden es hinbekommen. Wahrscheinlich. Ja, du darfst anfangen und ich habe eine scheiß Starthand. Also meine persönliche Erfahrung ist halt einfach wirklich, wenn man Druiden nicht schnell wegmacht und die dann so in einem 9er, 10er Malerbereich ankommen, dann wird es ganz fies. Ich habe jetzt deswegen mal mal einen Hexenmeister genommen. In der Hoffnung, dass ich halt schnell Schaden austragen kann. Aber der Starthand sieht das nicht danach aus. Hexenmeister, ja, hättest du auch hier nehmen können. Hexenmeister. Da habe ich nur entdeckt. Da habe ich mal jemanden geärgert. Das glaube ich dir. Ich wusste, ich habe gegen niemanden im Turnier gespielt und ich wusste ganz genau, dass er diese Dex-Sorte hasst. Ganz lustig. Das habe ich aber in der dritten Runde genommen, als es entschieden war. Okay. Ich weiß, dass du es hast, aber spielst du trotzdem. Ja, genau. So einer bist du also. Zwei haben wir, ne? Ja. Die zweite Runde zweimal. Ah ja, okay. Ja, so geht es natürlich auch. Ja. Leif. Als ich damals die Karte das allererste Mal gesehen habe, also hier den uralten Wächter, ich zeige das nochmal für die Zuschauer, vielleicht kennt das ja nicht jeder. Da steht ja dann, kann nicht angreifen. Da habe ich auch gedacht so, hä? Warum? Was? Hä? Ich bringe sie zum Schweigen. Dann klappt es. Genau, entweder das, also ich habe das dann auch nur, ich habe viele Taktiken habe ich halt gelernt, indem ich anderen Leuten, also anderen Gegnern zugeguckt habe. Ja, das macht man ja, ne? Ja, es ist halt so, du bringst ihn zum Schweigen und kannst ihn, er ist halt mobil einsetzbar in der Defensive wie in der Offensive, ne? Genau, entweder bringst du ihn zum Schweigen, dann kannst du damit angreifen, oder so wie Don Krümel das jetzt gemacht hat, machst du zum Tank. Dann kann er zwar immer noch nicht angreifen, aber ist ja scheißegal. Er ist halt ein Tank. Und dafür hat er als Basiswert, ich zeige es auch gerade nochmal, 4,5. Das ist halt total viel für eine Karte, die nur zwei Mana kostet. Ja, finde ich auch. So. Das kommt raus hinterher, für einen Mana. Für zwei Mana. Schilde hoch! Tja. Bin ja gespannt, sowas wirst du drinnen hast, im Deck. Im Moloch-Deck ist es nicht, dafür bist du zu langsam. Und hast du fast einen Kopf. Naja, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist eigentlich, es ist ein ganz normales Zoolog-Deck. Mhm. Aber ich habe heute gesagt einen scheiß Starter gehabt. Und kriege die Karten gar nicht, wie ich sie brauche. Aber es ist, du hast schon recht, ähm, es ist ein ganz normales Zoolog-Deck. Schöne Fähigkeiten, immer der Karten ziehen. Ach, ist das nicht herrlich. Das auf jeden Fall, aber naja, es macht ja auch jedes Mal zwei Schaden. Mein Schild für Argus. Oh, tank, 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 tank. Tick, 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 ja. Das habe ich jetzt überrascht, dass du das Gottes Schild weggemacht hast. Schön, ne? Ja, aber... Ich habe halt... Hat es einen Grund. Ja. Ja, überrasch dich. Überrasch mich halt einfach. Ich hätte gedacht, du machst hier die Klerikerin weg. Ach, nö, du siehst doch da, das sieht doch so schön aus. Den mache ich nicht weg. Das machst du schon selber. Ja. Ja. Warum soll ich etwas machen, was offensichtlich ist, was der Gegner tun würde? Da ist was dran. Der Tank muss auf jeden Fall weg. Damit tue ich doch nur die Runde, äh, verkürzen. Also mache ich lieber was, womit er nicht rechnet, was mir aber gleichzeitig einen Vorteil bringt. Ich gehe mal ein bisschen auf Risiko. Leg den Schlaflauch auf den Kopf! Ja, und hat natürlich nicht funktioniert. Ich hatte halt gehofft, dass hier das Messer auf den Verteidiger von Argus geht, damit ich den mit dem Unteroffizier wegmachen kann. Ich kämpfe. Aber jetzt muss ich tatsächlich beide Karten auf den Asien schmeißen. Habe ich mir schon fast gedacht, ne? Ja, ich bin... Ja, also manchmal kann das ja gut gehen mit dem Risiko. Also ich habe auch das Gefühl, dass über 50% der Messerwürfe tatsächlich auf Diener gehen, anstatt auf die Hände. Meine Fresse, ne. Ist nicht wir bald gut mit den Tanks hier? Ich hätte doch mal was vorbereitet. Merk das wohl. Ja, ne, das ist, ähm, ist es wirklich so viel? Also, ja gut, ist es mir so nie aufgefallen. Ähm, kennst du, wie ist denn der Fischer? Der Angler? Wo war denn das? Der Pegel. Ne, ne, ja, ne, das wollte ich mit der Karte angeln. Ne, der andere. Wenn du den ausspielst, ist es doch jetzt nicht so weiter Rennung gegeben. Dann wird es. Du kannst nur noch entscheiden, wer, äh, umgewandelt wird. Ein Eichhörnchen oder... Du kannst entscheiden, der soll umgewandelt werden. Entweder ein Eichhörnchen oder ein Dino. Jetzt ist es, glaube ich, random, ne? Kann auch dein Eigner sein. Boah, ich hab... Ich weiß nicht, welche Karte du meinst. Ach, ja, den... Du kannst dann umtauschen. Die 6... 1600 Staub oder wie wir das machen. Das ist aber jetzt gemein, ne? Ja, eigentlich nicht. Ja. Noch heißt das gar nichts. Also, äh, das muss ich auch so sagen. Noch heißt das alles nischt. Ein Prankenhieb und es ist vorbei. Ach, ja. Den da? Ja, den da. Ah, ich hab's auf dem Fallschuhl gemacht. Ach, Mist. Na ja, gut. Ja, mach ich's ja. Ja, mach's doch. So. Ordnung muss sein. Zumindest ist der... Ja, was soll ich mein, der Herr Geister? Messer-Journal ist ja weg. Jetzt hast du mir den waffenden Hund natürlich auch noch weggenommen. Und ich krieg nicht die Karten, die ich brauch scheiße. Eigentlich wollte ich das Hund machen, weil die anderen gegen das ist, also gleiche Schaden. Ach, Dreck, ey. Das ist alles nicht das, was ich brauch. Machtbare Diener haben bloß einen Angriff. Nee, der, nee, der da getroffen wird, kriegt bloß vier Schaden. Genau, nee, war schon so richtig dann. Ach. Nee, das war alles richtig so. Sonst hätt's... Ja, ich werd alt. Sonst hätt's selber die vier von dem Messer-Journal-Learner mitgenommen. Oder drei wären's dann gewesen, ja. Nee, war alles schon richtig so. Ja, oh, okay. Da hätt ich jetzt... Nein, ich warte, was du bringst. Ja, ich hätt's nicht gedacht, dass du die fünf nochmal aufsparst. Ich guck mir's erst mal an. Kein Nachvollziehen. Das spare ich mir auf für die... Ja, ne, ne, doch. Ich spare mir das auf für die nächste Runde. Und mit dieser Aufspartaktik hab ich auch so oft schon aus dem Maul bekommen. Ich spare mir das auf für die nächste Runde. Und in der nächsten Runde macht's dann BAM, BAM, BAM und alles ist weg. Schau' wir mal, ne? Bis jetzt sieht das ausgedichtet aus. Bis jetzt fall' ich auch noch nicht in Panik. Bis jetzt ist alles noch okay. Ein Schild für Argus. Hm, Senior Argus. Das Licht beschützt mich. So, bei mir nähert sich jetzt die Anzahl der Karten auf der Hand so langsam genull. Dann hast du mal blöd, weil du dann einfach ja total nicht mehr reagieren kannst und super abhängig bist, welche Karte du ziehst aus deinem Deck. Das stimmt. Hm, dann kriegen wir da noch frei auf der Hand. Oh, noch den zweiten Yeti. Ah, hast du keinen Tank? Baust du dir einen Tank? Ja, natürlich. Hast du keinen? Baust du einen, ne? Das ist gut am drüten, ne? Da musst du halt noch ein, ne? Auf jeden Fall. Oh, die gerufen zwei Jahre, die kenn ich noch. Die ist aus dem Flügel, müsste die sein, ne? Die ist aus Naxx, genau. Tauscht ich das ab? Nein, ist ja bescheuert. Na, hm, ja. Richtig. Richtig. Ach, hier. Ein Kinder-Special. Zwei Schaden muss ich jetzt nehmen. Ich brauche Karten außer Hand. Hoffentlich eine gute. Für mich ja. Ich hab' ich gesagt, ja. Bin ich nicht so. Spannend. Oh, meine Güte. Nee, ey. Wie viele Tanks hast du da denn drin? Das ist so unglaublich. Läuft, ne? Ah, kacke. Ja, ja, er ist flexibel. Guck drauf. Äh, Druid, dieser Klaue, kannst du ansturmen oder einen Tank. Ich kann das aussuchen. Ist jetzt nicht so, dass er in einer Tank ist. Ich kann flexibel meine Strategie natürlich meinen Gegner anpassen, ne? Was jetzt natürlich ein Tank, natürlich, äh, bevorzugen würde. Ich kämpfe. Müsste wohl das aus dem Waffen, ne? Das soll eine Waffe sein? Karten, die sind gleich weg, ja. Jetzt hast du, glaub ich, noch zwei Spinnen, ne? Ja. Ja. Genau. Die beiden Karten, die ich jetzt hier auf der Hand habe, ich mach sie mal groß für die Zuschauer, die hätte ich, ja, vor zwölf, dreizehn Runden gebraucht. Jetzt bringen mir die nichts mehr. Da ist die verdammtes Wache weg. Okay, da kommen die Trients. Macht er selbst? Genau. Zehn, elf. Eigentlich, eigentlich war es anders geplant, aber ist nicht so schlimm. Musste agieren. Geht ja leider nicht anders. Mir bleibt jetzt auch nichts anderes übrig. Ich muss mir hier den Schaden zufühlen. Hoffen, dass du eine gute Karte kriegst? Ja. Keine Ahnung mal. Das sieht doch gut aus. Hat einigermaßen funktioniert, ja. Das ist jetzt so entscheidend, was du jetzt... Die ist jetzt weg. Ah, okay. Das ist jetzt so entscheidend, was du jetzt bekommst und was du jetzt ausspielst. Spannend, mein Lieber. Ja, ich muss ihn spielen. Blöd, ne? Ja, das ist natürlich doof. Ja, aber... Ja, sowieso. Ja, da hast du recht. Aber leider... Hab ich ihn auch noch. Ah, okay, damit gelaufen. Ui. Also ich muss sagen, Herr Krümel, Sie waren bis jetzt mit der Abschaft der härteste Gegner. Ich hätte ja noch ein Deck, ne, wenn du Lust hast. Das glaube ich dir. Ja, wir müssen uns ja jetzt auch nicht irgendwie rausschmeißen und sowas. Wir können ja gerne nochmal gegeneinander spielen. Also du warst bis jetzt mit der Abstand der härteste. Kompliment. Trotz allem... Dankeschön. Tut mir leid. Best of 3 geht trotz allem an, meine Einer. Aber... Ich habe wenigstens die erste Runde gewonnen. Die Iga Gemera Winn ist wenigstens meine. Ja, genau. Die Runde, die leider nicht aufgenommen wurde. Aber die Runde, die hast du tatsächlich sehr, sehr, sehr souverän gewonnen. Das heißt, du darfst dir auf jeden Fall auf die Schulter klopfen. Mir hat Spaß gemacht. Ja, mir definitiv auch. Ich hoffe euch ebenfalls. Trotz allem heißt es, der Amano ist immer noch unbesiegt bei Amano vs. in Hearthstone. Und wenn ich jetzt mit Don Krümel die Aufnahme beende, werde ich direkt im Anschluss mit Mina, zockt Mina LP, die nächste Runde starten. Da bin ich ja gespannt. Verprügelt er die Mina oder wird Mina zurückschlagen können? Und den Krümel rächen. Wir werden es in der nächsten Folge erfahren. Das werden wir. Don Krümel, vielen Dank, dass du da warst. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht mit dir. Und ich würde sagen, ja, seinen Kanal, wenn ihr ihn besuchen wollt, findet ihr in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut bei ihm mal vorbei. Dort findet ihr nicht nur Amano vs. oder Hearthstone generell. Gleich mal. Nein, muss nicht sein. Wenn man Lust hat. Ne, macht das auf jeden Fall mal. Da findet ihr auch viele schöne Let's Plays. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Jo, tschüss. Tschüss.